Hallo liebe Läufer, der Flyknit One von Nike ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern bietet auch viele neue Innovationen. Das neue Obermaterial wirkt weich und angenehm und ist wie eine zweite Haut für deinen Fuß. Die Flywire-Fasern geben dir optimalen Halt und lassen sich über die Schnürsenkel individuell an deinen Fußrücken anpassen. Für eine bessere Belüftung sorgt die neuartige, flache Strickzunge. Das Lunalon-Dämpfungssystem bietet dir ein reaktionsfreudiges und weiches Laufgefühl. Das Sohlenprofil und die einzelnen angeordneten Pots im Vorfußbereich geben dir viel Halt und eine natürliche Laufbewegung. Ambitionierte Neutralläufer, die gerne mit einem leichten Laufschuh unterwegs sind, finden im Nike Flyknit One einen tollen Begleiter fürs Training und den Wettkampf. Sie sagen, das neue Schuh reinvokeilen Sie, fahren wir mit einem leisten im Nacht und Dienstle�えang daeile. Das Sohlenprofil ist die Deion immer ein Honig.